Das Antenne-Kanten-Glücklich-Macher-Fereinspecial. Und, wie schaut's aus? Cool! Ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen, muss ich sagen, ein Traum in Erfüllung gegangen. Wir bräuchten ganz dringend mit unserer Damenmannschaft neue Dressen. Ah, super, perfekt. Dankeschön. Wirklich spitze. Wow, das ist ganz toll. Wir haben heute unser Fotoshooting. Danke, liebe Antenne-Kanten-Glücklich-Macher-Fereinspecial. Die Antenne-Kanten-Glücklich-Macher. Wir wollen zeigen, was die gernamtlichen Feuerwehrler in Kärnten machen. Grüß Gott, dass du Jürgen von Musikverein heim möchtest. Gestern mal bei uns die Antenne-Kanten. Meine Schwester hat das Sagenwaldet für die Grillfeier mit DJ und Essen und Getränke von Vielhau-Bier. Und, war eine lange Nacht. Danke, liebe Antenne-Kanten-Glücklich-Macher. Die Antenne-Kanten-Glücklich-Macher. Die Antenne-KantAch. Wo AK-CKP. Die Antenne-Kantäine-Macher. Die Antenne-Kantäine. Vielen Dank.